Das ist doch... Es sieht aus, als ob er einfach auseinandergefallen wäre. Jetzt sind es nur noch ein paar Kiesel und ein paar Zweige. Ähm, was? Können wir den vielleicht irgendwie... Hm. Keinen Ton zu mitnehmen, freut er sich. Aber, 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 können wir den nicht zusammenkleben? Da muss kein klebriger Sirup drauf. Aber der arme Waldschrat, ich kann den doch nicht so liegen lassen. Wir müssen doch irgendwas tun. Ich fürchte, es gibt nichts, was wir für den Waldschrat tun können. Ach, der arme. Und wir haben noch nicht alle Geschichten gehört. Was ist das eigentlich für ein Handsymbol hier? Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Hm. Hm. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Einen Ton. Und wir haben doch einen Tonträger. Oh. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh. Das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Aber das wollte ich nicht. Habe ich kaputt gemacht. Das nehme ich besser mit. Ich habe den Kristall, den schönen Kristall kaputt gemacht. Das wollte ich gar nicht. Habe ich wohl doch nicht kaputt gemacht. Okay. Bernstein. Der muss bestimmt irgendwo eingesetzt werden. Okay. Och Mann. Der arme Waldschrat. Ich will dich ja nicht liegen lassen. Aber ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Wie viel Kristallstatuen gibt es denn eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich fürchte, dann müssen wir alle Screens nochmal ablaufen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Hier war noch die eine. Dann machen wir mit der gerade mal das gleiche. Bing. Ja, das wissen wir ja. Da ist ein Bernstein. Onkel Bernsteins Hütte. Nehmen wir mit. Und das sieht aus. Ist das ein Herz? Ich bin mir gar nicht sicher, was das hier sein soll. Sieht aus wie ein Schmierpopel. Entschuldigung. Ähm. Am Stadttor. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen die Screens ab. Oben bei den Motten war noch eine. Was wir da mit den Bernstein-Dingern machen sollen, weiß ich auch nicht so genau. Hier war keine. Hier war nur Kitsune. Ach doch, hier. Da bin ich ja mal gespannt. Oho. Oho. Die kleine K... Ja. Oho. Das Pfeifen des Windes am... So. Das nehme ich besser mit. Natürlich. Nehmen wir wieder mit. Und wir verlassen diesen unheiligen Ort und gehen jetzt einmal kurz nach oben. Und das müsste eigentlich auch die letzte sein, ne? Das ist bestimmt die andere Hälfte von dem Ding da. Ne. Ach, ein Auge. Merkwürdig. Dann wird das andere wohl ein Herz sein. Herz, Auge und zwei Hände. Oho. Oho. Wie bleibt... Oh. Das Pfeifen des Windes am... Nehmen wir mit. Das nehme ich besser. So. Wir haben vier Bernstein-Dinger. Ich hoffe, das reicht. Die Frage ist nur, wo setzen wir die jetzt ein? Ach, hier. Eins, zwei, da sind vier Löcher, glaube ich. Kann das sein? Und er weiß natürlich auch genau, wo er was einsetzen muss. So, das Herz. Ich glaube, wir haben doch noch nicht alle. Ach, doch. Hey, was ist das denn? Huch. Ein Raum aus grünem Glas. Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Das ist bestimmt eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Ähm. Okay, wir brauchen den Schlüssel, wie es aussieht. Ein seltsamer Raum aus Glas ist an dem alten Baumstumpf erschienen. Bildtafel. Sieht aus wie Apple und Windows. Statue aus grünem Glas. Stechend riechender Springbrunnen. Was für ein stechender Geruch. Ach, das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Ja, nimm doch den Schlüssel einfach. Mal gucken, was passiert. Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Hm. Eine Statue aus grünem Glas. Wir haben aber nur eine Felsflüster. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Das weiß ich nicht. Ist das dann Apfel? Vergiss es. Das klappt doch nie. Guck dir das doch mal an und sag mir, was das ist. Also irgendwie passt das nicht. Ach so. Also. Wie. Also. Vergiss. Das kann. Das. Hä? Also. Ist es egal, wo ich draufklicke? Das kann. Ja, halt die Klappe. Der macht immer die gleichen Bewegungen. Wie seltsam. So, jetzt haben wir die, glaube ich, die Ausgangsposition. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da fehlt noch eine Glaskachel oder so. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Mit Felsflüsterer können wir jetzt auch nichts machen. Du solltest aufgehen. Aber. Weiter kämpfen. Voller Hoffnung. Kannst du das? Das haben wir doch schon gemacht, liebe Raupe. Was passiert, wenn ich das auf mich mache? Nichts. Hm. Schade. Ach so. Auf mich selbst geht das gar nicht. Okay. Wir haben jetzt eine Bildtafel mit irgendwelchen Kacheln, mit der wir nichts machen können. Äh. Kämpfen voller Hoffnung. Warte. Ich lasse sie nochmal ganz kurz quatschen. Sekunde. Du solltest aufgeben. Aber. Weiter kämpfen. Voller Hoffnung. Wie kannst du das? Angenommen, wir kämpfen hier an dem Bild weiter. Die ganze Zeit. Und es gibt kein Ziel. Es gibt kein Ergebnis. Jetzt. Was? Das kann doch. Das kann doch gar nicht funktionieren. Wir sollten aufgeben, aber voller Hoffnung weiterkämpfen. Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Wie wahr, wie wahr. Ich dachte, jetzt kommt so eine Art Minigame. Aber das war jetzt ein bisschen, war fast schon zu einfach. Ich habe den Schlüssel. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Oha. Mann, oh Mann. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Vor allem, der Schlüssel müsste doch voller Säure sein immer noch. So, das haben wir abgeschlossen. Das heißt, jetzt nehmen wir den Schlüssel und benutzen den mal mit der Tür. Mal schauen, wohin er uns bringt. Ein Portal erscheint. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Wenn der Makino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen. Und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Na nü? Kitsune? Pass auf, Jerry! Der Fuchs! Na nü? Wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Oh? Oh? Plato? Das? Ist Kitsune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Peiselbeer-Pfannkuchen. Du bist süß. Du bist süß. Du bist ein Baumläufer. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote. Aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry. Bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Und ich will, dass ihr endlich durch das Portal geht. Dankeschön. Mein Wille wurde erfüllt. Ach, hier. Hier sind wir. Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Und vor allem die Frage ist, finden wir hier ohne den Walschrad raus? Oder einen neuen Anfang? Oder ein Ende? Verloren im Nebel. Nun ist guter Rat teuer. Gang ins Ungewisse. Heller Pfad. Weg ins Licht. Ins Weiß. Können wir hier irgendwas durch unser magisches Auge sehen? Nichts. Hm. Was passiert, wenn ich den Gang ins Ungewisse nehme? Was? Was? Ins Weiß. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Das war doch bestimmt schon wieder. Vor allem, ich komme immer auf die... Ist das dieselbe oder die gleiche Lichtung? Ist das eine Kopie von der Lichtung? Oder ist das... Kommen wir immer wieder auf den gleichen Pfad? Ob das jetzt der richtige Weg ist? Das war doch besch... Ach du heilige. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Hä? Oh Mann. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Puh. Wir haben doch den Rat ersuch. Jerry. Ja. Jerry. Ja? Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss... Muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen. Sich aufzulösen. Zarov verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zarov meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zarovs Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche. Hallo? Alter Magier. Er ist fort. Wieder allein. Dannioh. Der Leib in die Klingflamm.